Im Mittelpunkt des Geschehens. Jemand steht in der Menge, aber fühlt sich trotzdem allein. Jemand ist der Mittelpunkt des Geschehens, aber fühlt sich trotzdem einsam. Woran liegt das? Es kann viele Gründe haben, aber in dieser Situation geht es um kein positives im Mittelpunkt stehen, sondern es geht darum, der Spott aller zu sein. Es ist die Möglichkeit für alle, sich am Leid des anderen zu ergötzen und von sich selbst abzulenken. Tagtäglich kommt es zu solchen Situationen. Man redet schlecht über andere, lästert über andere, beleidigt sie, zeigt nur Härte und macht sich über ihre Schwächen lustig. Warum? Vielleicht, um von sich selbst abzulenken? Denkt bloß nicht über mich nach oder Nein, ich helfe ihm jetzt nicht, ich kann es nicht, denn dann werde ich auch zum Gespött aller. So kommt es, dass man alleine bleibt, während andere grölend über ein Lachen mit Dingen werfen, einem Ausdrücker an den Kopf werfen, schlagen und treten, auf Schritt und Tritt beobachten, um bei der kleinsten Schwäche wieder zu lachen. Wie fühlt sich derjenige dann? Es hat immer damit zu tun, ob man versucht, die Menschen zu verstehen, ihre Gefühle nachzuspüren. Was fühlt ihr jetzt? Was fühlt sich, wenn man versucht, die Menschen zu verstehen, ihre Gefühle nachzuspüren, ihre Gefühle nachzuspüren, ihre Gefühle nachzuspüren, ihre Gefühle nachzuspüren, ihre Gefühle nachzuspüren. Das ist doch ein großartiges ist, wenn man versucht, die Menschen zu verstehen, ihre Gefühle nachzuspüren, ihre Gefühle nachzuspüren, ihre Gefühle nachzuspüren und ihre Gefühle nachzuspüren. Untertitelung des ZDF, 2020